er glaubt es nicht der witz aus ihm es gibt sachen die gibt es gar nicht einen gift anschlag hat es gegeben ein oder die täter wer weiß es haben chemikalien auf diesen wunderschönen rasenteppich gestreut und die platzmeister hatten alle mühe das fällt einigermaßen fit zu bekommen sie sehen was die täter dort angerichtet haben weiß der kuckuck was in den köpfen von manchen leuten vorgeht umweltschützer können sie wohl kaum gewesen sein